Es ist gelebtes Brauchtum, das Apperschnalzen. In der Schnäuzer Hochburg, wo es sitzen haben, wird es alle fünfte Jahreszeit genannt. Beginnen tut es am Stephanitag und enden tut es eine Woche vor dem Foschi. Nach dem Gemeindeschnalzen ist der alljährliche Höhepunkt des Robertigau-Preisschnalzen. Heuer ist die Schnäuzerwiesen in Viehausen. Ja, wir richten jetzt das 69. Robertigau-Preisschnalzen aus. Das ist eine Riesenherausforderung, aber gleichzeitig eine gewaltige Ehre, dass man sowas ausrichten darf und wir sind gut aufgestellt für heute. Seit 1954 treffen sich einmal im Jahr alle Jugend im Allgemeinen passen aus dem gesamten Robertigau zum sportlichen Wettkampf. Dabei sind da mehr als 1500 aktive Schnäuzer aus Salzburg und Bayern. Es ist ja so, dass die bayerischen sind, haben zwei Drittel mehr Schnäuze. Darum ist es zweimal in bayerischen und einmal in Salzburg. Jetzt sind wir einmal auf der Salzburger Seite und nächstes Jahr geht es dann wieder noch ins Bayerische. Das Apperschnalzen ist im Alpenvorland ein alter vorchristlicher Brauch. Die Wurzel gehen zurück bis Anfang des 19. Jahrhunderts. Das heutige Preisschnalzen hat seinen Ursprung erst in die 50er Jahre. Grenzen kennt man keine, denn wenn die Salzburger und bayerischen Schnäuzer die Gasseln schwingen, dann sind alle gleich. Das einzige, was uns zwischen Bayern und Salzburg trennt, ist eigentlich die Saarlach oder Salzach, würde man ja sagen. Alles andere, da gibt es keine Trennung. Wir sind von der Mentalität her alle gleich geschnitzt und auch gleich eingestellt. Es sind ganz, ganz viele Freundschaften von der bayerischen Seite auf die Salzburger Seite und andersrum. Und das Apperschnalzen ist einfach da so einmalig, weil man sich auch teilweise gerade einen kurzen Zeitraum wieder sieht das ganze Jahr. Wir sind zwar nicht weit auseinander, aber beim Apperschnalzen kommt man immer im Jahr wieder zusammen. Und dann ist es so, nach der Siegerung, im Zelt, wenn alles rum ist, legt man sich wieder in den Armen und feiert den wunderschönen Tag. Bevor am Sonntag die Großen gegeneinander antreten, ist am Samstag die Jugend dran. Mit 87 passen gibt es heuer einen neuen Teilnehmerrekord. Schaut die ganz kleinen Pfernginzen, wie man die Schnäuzen bei den Kindern nennt, nach der Schule auf der Schnäuze erwiesen. Mit 4-5-4 geht es dann zu einer Pass. Und wie die Großen trainieren auch die Großen fürs Preisschnäuzen. Der Sieg im Nachwuchsschnäuzen ist heuer nach Bayern gegangen. Ein Ring 1 gewinnt Vergeiß 1 und Aufheim 1. Wer am Ende die richtige Musi, also den Duscher für den Sieg erwischt hat, das entscheiden die Preisrichter. Sieben gibt es davon. Und die brauchen ein gutes Gehör und viel Erfahrung. Ja, da muss man schon ein geschultes Gehör haben und man muss das auch im Blut haben, das Preis richten. Weil man muss das innerhalb von 8 Sekunden, wo ein Takt reinläuft, den muss man hören, muss die Fehler hören und muss natürlich auch das dann gleich zu Papier bringen, weil quasi ein paar Minuten drauf kommt und der zweite Takt, der was dann genau zum Ergebnis der Takt. Für den Titelverteidiger, Feldkirchen 1, ist heuer nicht gut gelaufen. Mit einer durchwachsenen Leistung war es am Ende nur Platz 7. Ja, ich glaube, da sind wir nicht so zufrieden. Es hätte besser gehen können, aber es hilft halt nichts. Geht nicht überall gleich. Wir sind halt nicht in so unseren Rhythmus reingekommen, hätte eigentlich besser laufen sollen, aber es war es halt nicht. Seit gut 25 Jahren hat der Sebastian was die Oberholzen am eigenen Hof und Schnäuzerkeller. Dort kümmert er sich mit viel Hingabe um die Garseln. Rund 30 Stickel macht er im Jahr. Ja, dazu kommen noch jede Menge Reparaturen. Dass du den Garsel zusammenbringst, wo es funktioniert, dass du dich nicht duscht oder dass du dich nicht zankt, da muss man lange um einen anprobieren und wenn man das mal heraus hat, dann passt es. Die Chancen stehen gut, dass die Wandergarsel im Jahr 2024 wieder nach Walsitzenheim kommt. Das wünscht sich auch der Bürgermeister, der Andreas Hasenöhl. Ja, wenn die Wandergarsel in die Gemeinde kommt, das ist ganz speziell. Und da arbeitet man natürlich dran, weil jetzt ist beide bayerischen Kollegen drüben und wir hätten es halt gerne wieder einmal auf unserer Seite dann. Auf geht's, vorne, zwei, drei. Auf geht's. Und sitzen am 2, rund um Auftrara und Obmann Bernhard Allerberger erfüllt den Wunsch des Bürgermeisters. Die Sieger vom Gemeindeschnalzen holen sie mit 188,5 Punkten auch den Sieg beim Preisschnalzen. Und auch der zweite Platz geht an Salzburg mit Goals 4. Du hast im Prinzip bei so einem Preisschnalzen zweimal 9 Sekunden, die Takt, und die müssen sollten hinhaben, dass du da vorne mitschnalzen kannst. Und einmal gewinnt der, einmal der andere. Das ist ja auch das Spannende. Die Wandergarsel ist also wieder in Salzburg. Und wo es sitzen ist und bleibt halt einfach das Zentrum der Schnalzer. Applaus 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 Applaus